Was ist bei Jana Heinisch los? Normalerweise ist die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin im Netz stets präsent und versorgt ihre Fans mit Einblicken in ihren Alltag. Doch seit einigen Tagen spricht die Beauty immer seltener wie ihr Instagram-Story zu ihren Followern. Jetzt äußert sich die 28-Jährige erstmals zu ihrem Rückzug und deutet den Grund an. Wenn ich gerade einfach privat mit so ein paar Themen beschäftigt bin und merke, dass ich da überhaupt nicht so die Energie für habe und es mir auch nicht so richtig Spaß macht. Weiter geht die gebürtige Bremerin nicht darauf ein. Sie möchte diese Dinge nicht groß in der Öffentlichkeit breittreten.